Das Locken ist kein Verhaltensabbruch, sondern nur ein Ablenkungsbereich. Ein Abbruchkommando, hier ein Stopp, kann man sehr variabel einsetzen. Stopp! Stopp! Da braucht es keine Rütteldosen oder Schläuche umzuwerfen. Auch Umorientierungssignale eignen sich sehr gut als Abbruchkommando. Ein sicherer Rückruf hier mit Pfeife ist zwingend notwendig, um ein Verhalten werden zu können. Bei einem niederen Stresslevel tut es auch ein normaler Rückruf. Extraordnet Karte Die Stil des Stil des Stil des Stilk